So, hallo, wieder willkommen bei der Venus Latine 2012 und wir sind jetzt hier live bei Herrn Mr. Picasso, bekannt aus dem Fernsehen, zum Beispiel von Supertalent, habe ich schon selber gesehen, ist ein ganz ein toller Künstler, malt mit seinen Geschlechtsteilen, sprich seinem Penis und malt auch wunderschöne Bilder dabei. Wir werden jetzt weitergehen auf Englisch, nur zur Info und ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen. So, hi, welcome to the Venus Latine 2012. I hope you enjoy it. You have your own stand here, what are you doing here? I'm just painting people's portraits. You're just painting and with what are you painting? My penis. Oh, your penis. So, when was the thought to paint features with your penis? When did it describe, develop? I just popped into my head that it has to be possible. I tried it and sort of experimented at home and then I tried it at a party. And everyone said it was great, so I carried it. So, how long is this to go? How many years? Approximately? About seven or eight years ago. Seven or eight years ago, huh? Na, da sieht man wieder, wie Deutschland eigentlich hinterher ist, ne? Also wir haben hier mal so eine kurze, kleine Ausstellung von seinen schönen Fotos, die er zeichnet. Also ich denke mal, mit einem Geschlechtsteil so schöne Fotos zeichnen zu können oder Porträts ist natürlich eine sensationelle Sache. So, you will be here the next day. We can watch you on your stand. You stay all the time here. Do you have also some shows, some acts on the main stage? Or? Well, it's difficult to get there. You will definitely get there. So, when he's there, we will film him also. Because we are always on the main stage. So, thank you very much for the interview. I hope you will enjoy your time here at the Pina City. Yep. And see you soon. Bye-bye! Bye-bye!